Für diese Predigt brauche ich sie. Ich möchte sie gerne mit Ihnen gemeinsam halten. Dazu möchte ich Ihnen gerne ein musikalisches Gebet oder ein Glaubensbekenntnis beibringen. Gemeinsam mit Reinhard Börner an der Gitarre und Michael Schlörf am Flügel wollen wir diesen Refrain einmal zusammen singen und dann lade ich Sie ein mitzusingen. Alles lege ich hinein in Deine Hände, all das Unbekannte und das mir noch Fremde, all die offenen Fragen samt den fernen Tagen, alles wenden wird sich nur in Deinen Händen. Am besten enden wird es nur in Deinen Händen. Man sieht, alles lege ich hinein in Deine Hände, all das Unbekannte und das mir noch Fremde, all die offenen Fragen samt den fernen Tagen, alles wenden wird sich nur in Deinen Händen. Am besten enden wird es nur in Deinen Händen.